Verdammte Partisanen, gebt auf. Ihr habt den Krieg doch schon verloren. Ich weiß nicht, wie lange Marcel hat. Entschuldigung, Marcel. Ich habe dich nicht in Zeit genommen. Ich hoffe, du hast die Schlüssel, und ich kann den Schrauben finden. Marcel hat die Ressistenz-Equipment in seinem Attic. Das wäre eine gute Zeit, um zu rearm. Normale. Untertitelung des ZDF, 2020